Oh ich hab sie sogar erwischt, natürlich nicht direkt, nein, sie brennt. Oh, bin mal herangekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sind das unten im Süden alles, ihr Spaß? Ich hab mal ein Schild gehabt, du Nase. Du hast ihn sogar bekommen noch, sehr schön. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich hab ja grad mein Item noch aufgewertet, dass ich noch mal zulässt. Für den Tower. Verlangen sie nur sie. Kann sie töten, aber. Ich hab das nicht gemacht, allerdings mit seiner Ulti. Ich hab das nicht gemacht. Ich hab das nicht gesagt, ich hab das nicht gedacht. Ich hab das nicht gesagt, dass ich die Minutes farme, oder? Nur für dich. Gute ist nur der Versuch, es besser zu machen als seine Vorfahren. Alter, er hat wenigstens zu dickes. Schön, ich war gestern. Nicht überraschen, dass ich hier. Nein, ich hab das extra kalt. Ich hab das hier gekriegt, nice. Boah, die ist... ...nach gedasht, man. Schön. Die Liga hat den Schuss, und ich hab... ...ich hab versucht. Ey, ich werd halt gestunnt, und das war's. Ja, der hat noch in den Ulti genommen. Du machst aber auch echt gut Damage. Ich bin dran. Als ob das nicht trifft, Mann. Ich bin doch heute auch nicht genau wie du mit dem Pfeil bin. Mein Hookser war echt schwach dran, aktuell. Also hab ich jetzt 7000 Hitpoints, sozusagen. Ich will die Magier. Okay, vorne mal lenken. ...